Und nun bitte ich von dir, Tschüssgütti, um ihren großen Aufblick. Wie ihr seid, endlich hat es geglaubt, dass ich mal zur Eikasse habe kommen können. Wenn euch der Rohrbacher Frosch ins Sitz und da zählt es ja schon lange bei uns in der Entrasse. Aber eins kann ich sagen, man hört wirklich nur das Beste. Und neigrig, wie ich natürlich bin, wollte ich mir natürlich das selber einmal ausschauen. Und eins kann ich euch sagen, ihr seid reif für ein ORF. Denn das, was ich heute gesehen habe, das ist ja alles zum Lachen. Die Leute kennen einmal Lachen, das Fernsehprogramm im letzten Jahr, das war eh nur mehr zum Lachen. Ihr wundert euch, dass ihr auf einmal so groß geworden seid? Na, kein Wunder. Ich habe einen Liter Weiß-Abstrahlen-Kaffee reingelägt, nur damit ich besser zu diesen steirischen Eiken dazu passen kann. Na, und damit mein Kreis mit der Figur zusammenpasst, habe ich die Gummiringerl-Diät gemacht. Und der sehr erfolgreich ist der 60er. Und ich wollte es wissen, wie das geht. Na, ganz einfach. Da könnt ihr alles haben und trinken, außer die Gummiringerl. Na, eigentlich wollte ich ja mit der neuen Bahn da rauszufahren. Aber da haben wir ein paar eingeweihte Abgeordnete, die haben mir gesagt, ja, ich wünsche euch jetzt eine EPS, wo sie sagt, die Bimpern-City bleibt ja gegen Scheißhäusel stehen. Und da war ich erst rausgekommen, wenn da alles ausgewiesen war. Nun bin ich wieder mit meinem Schnauferl über den Wechsel so umgegrattert, dass der Wohng die Strecken packt hat, das war eigentlich eh ein Wunder. Gratet und schäbert hat, wie so ein alter Ostblock-Ferrari, sprich Trabe. Ja, und ihr kennt eigentlich alle das Lied vom Wunder, oder? Ja. Na, dann schauen wir mal, ob das war es. Jedes Mal, wenn es heißt, ein Wunder... Gitte, Bussi, Bussi, ich auch gern. Ja, Bussi, Bussi, ich hab dich auch gern. Ich hab euch alle gern. Jedes Mal, wenn es heißt, ein Wunder... Gitte, Bussi, komm runter zu mir. Du, Guss, jetzt war die Mama, dann hast du Pause. Weil, den findest du im Wind, den findest du im Boden und leider sofort da in Rohrbach auch. Noch einmal, wenn es heißt, ein Wunder, dann hältst du alle die Hand in die Höhe. Ein Wunder! Ja, das war aber sehr schwach. Noch einmal, wenn es heißt, ein Wunder, dann... Super. Na, hallo, ihr da hinten. Ja, ihr vom Schlagwagen habt ihr. Alle machen mich. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Ein Wunder! Eins, zwei, drei. Ein Wunder! Na, super, ihr seid so direkt perfekt. Und jetzt, jetzt kommt die Tourstelle mit der Gretelkartenfeld. Auf geht's! Na ja. 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 Na ja.